Toni Kroos kommt nicht zur Weltmeisterverabschiedung, das steckt dahinter. München, Toni Kroos wird unter der großen DFB-Abschiedsakt verdienter Fußball-Nationalspieler vor der Nations League Party gegen die Sese und jene Niederlande in München fehlen. In der Föderation Arena werden an dem Montag, 20.45 Uhr, allerdings die Sese und jene beiden Bayern-Stars Manuel Neuer, 38, und Thomas Müller, 35, sobald Ex-Kapitän Ilkay Gündogan, 33, anwesend sein. Sie müssen vor den Nationalhymnen für ihre Erfolge, Leistungen und langjährigen Errungenschaft in dem Nationalteam geschätzt werden. Das teilte der Deutsche Fußball-Vereinigung mit. Auch Kroos wäre mit Lust und Lieben nicht objektiv in München dabei, steht aber an dem Montag nach Maastestrainings in seiner Nachwuchsakademie auch mit Kindern auf dem Fußballplatz, hieß es in der Äußerung des Verbandes. Der 34-jährige Kroos hat sogar hinter seinem kompletten Karriereende den Fußballer seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie in Madrid. Nagelsmann erwartet emotionalen Abend. Die drei 2014-Ehrgewinner der Weltmeisterschaft Neuer, Müller und Kroos sobald Gündogan waren hinter der Heim-EM in dem Sommer den Nationalspieler zurückgetreten. Verabschiedet werden in München an dem Montag zudem eine Anzahl von langjährigen Mitwirkende in dem Team nach der Nationalmannschaft. Zusammen kommt dasjenige Quartett auf 451 Länderspiele für Deutschland. Das Gesamtpaket wird sicherlich sehr schlagkräftig und sogar emotional, sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Knotenpunkt ans Glücksspiel wird es in dem Stadion noch eine teaminterne festgeben. Es ist eines der beherrschenden Themen vor dem Nations-League-Glücksspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina. Torhüter Bernd Leno, 32, lehnte die Sese und jene Aufstellung von Julian Nagelsmann, 37, ab, und erhält dafür jetzt einen Rüffel von dem Bundestrainer. Er hat Forderungen inszeniert in dem Gespräch, die Sese und jene Ich aus internen Gründen hinter Gesprächen mit dem Trainerteam und sogar mit dem Torwarttrainer nicht befriedigen konnte. Erzählte Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Glücksspiel in Bosnien extra dasjenige Gespräch mit Leno, den er so gut wie der Nummer 3 nach Oliver Baumann, 34, und Alexander Nübel, 28, mitnehmen wollte. Deswegen habe er dem Keeper eine sehr interessante Blickwinkel aufgezeigt, die Sese und jene sich denn doch nicht kurzfristig, sondern mittelfristig eröffnet hätte. Damit war der Spieler aber nicht so zufrieden, weshalb er sich jetzt radikal hat, nicht zu kommen, erklärte der Coach. Das muss an dem Beendigung jeder selber wissen, als er dasjenige serialisieren möchte. Bernd hat sich jetzt so radikal. Er auch halte Berufungen in die Sese und jene Nationalmannschaft für eine Ehre.